so hallo wir machen weiter bei der musik recherche in things und letztes mal haben wir die komplette große große oberwelt die erste oberwelt sozusagen meadow irgendwas heißt nico meadows irgendwie so keine ahnung uns angeschaut und jetzt geht es einfach gleich hier weiter bg we saw and spa hat zwei musiken ja gut hat sich erledigt mit der ersten musik und die zweite musik war natürlich die wenn man da drinnen gestorben wie komme ich denn da jetzt wieder rein eigentlich wie komme ich da wieder muss ich muss ich jetzt in dieses ding noch mal konkret reinspringen damit ich da drüben lande oha also komme ich da überhaupt noch mal rein weil ich könnte mir vorstellen dass dieses lied was wir dann dort gehört haben in diesem speziallevel dass das auf jeden fall ist es nur als ein p-switch genau dieses lied könnte mir vorstellen dass das nicht so im original ist das war auch cool also level und lied auch wenn ich jetzt nichts mehr kann aber es macht nichts irgendwie ist es traurig was man alles geschafft hat und jetzt kann man es trotzdem nicht mehr na gut ich müsste wieder rein aber ja weil man ist jetzt halt auch wahrscheinlich wahrscheinlich weil man einfach gar nicht motiviert ist es richtig zu spielen ja gut ich will sie doch ich will sie doch gar nicht spielen ich wollte musik hören okay next so ja das war haben wir gedacht dass hier dieser komische sound effekt ist und jetzt muss ich dann halt da rein gibt es einen anderen weg dorthin oder muss man wirklich ja es gibt mit diesen einen ok interesting das fand ich aus leichter das ist beides gleich ist beides gleich komisch gut oh es gibt das lied als port gar nicht mal schlecht ja doch doch das kann man zählen lassen wie weit schaffe ich es wenn wir das lied noch hören nicht weit ist okay gut dann haben wir das dann haben wir das so jetzt jetzt weiß ich halt nicht wie viel musik in diesem tower war war das alles die gleiche musik oder hat das gewechselt zwischendurch das weiß ich halt nicht mehr was weiß ich halt eigentlich nicht mehr ich glaube zumindest hat alle fünf räume hat das thema gewechselt so ein bisschen mein gott so kann ich sind jetzt nicht mehr jedoch das war auch ein cooler raum auch wenn ich nicht mehr weiß wie ging so ach ja man musste einmal rum ich erinnere mich ist 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 aber war das wir spielen mal kurz bis bis raum fünf ich will wissen ob dann die musik nochmal geändert wurde oder ob das geblieben ist weil ich meine dass zumindest alle fünf räume des thema sich geändert hat ach ja wo der raum hat der raum hat gedauert der raum hatte damals ein bisschen gedauert nein es war gut aber es ist auch ein schönes lied ne hat was ja sonst lassen wir es halt ist in ordnung ich könnte auch ich könnte auch ins video kurz rein gucken und schauen ob sich die musik geändert hat nein das wäre es gewesen aber ich bin schon wieder so ehrgeizig ist das schlimm also nach dem motto jetzt habe ich das angefangen jetzt will ich das auch nicht aufgeben und es ist ja auch nur noch ein raum man komm schon komm schon be nice to me ne aber ja wir gucken kurz ins video klappe dafür muss ich in diesen ordner gehen und erstmal den ja puh das ist alles noch welt eins nach dem titel viele switches das ist alles noch welt eins raum und raum raum für raum höher im turm das ist das was ich suche so hallo ja 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 so und jetzt würde ich aber euch gerne das noch als bild auch verpassen habe ich hier da ist vlc das müsste doch so funktionieren jetzt jetzt muss ich nur den wieder rausnehmen so okay das war ja genau so das ist die einstellung die ich damals hatte als als ich hier nach kommentiert habe isaac und so weiter ach guck mal da sind wir wir starten schon hier oh ja gut aber da läuft glaube ich schon andere musik weil wenn man die sägen überlebt hat dann hauen die von selbst nämlich ab ja irgendwie so das heißt ich muss auch hier sind jetzt in raum 6 dann muss ich hier eine runde ausharren und bei raum 10 dürfst du dir ein neues lied geben ich bin daneben gesprungen wow ich bin daneben gesprungen ja es waren schon verschiedene die zurück jetzt zurück aber der kommt ganz schön spät zurück mal geklappt beim ersten mal konnte ich auf der pflanze weiter spin jumpen wir wollen doch möglichst viele räume wie viel kommen da wohl ja das kann ich alles noch mal spielen wegen der musik das geht nicht dann stopp ich sehe hier aber ich sag mal das klingt alles nach ports die man als ob das man dann auch so wäre das klingt alles sehr einfach glück gehabt ja das werden alles ganz normale leader sein die es drüben als port gibt so das ist wahrscheinlich ist es einfach genau auch dieses lied weil das klingt schon wie ein port hier ja gar nicht hat gemacht ich gehe mal hier rüber das könnte ich mir vorstellen dass es ein bisschen anders ist ich dachte das passt aber es hat nicht gepasst und das ist der bosskampf gut ach ne und wenn er dann irgendwann mal rein das ist der bosskampf ja naja ok aber ja ich sag mal halt ich soll es zu machen ich sollte es zu machen ich sag mal ja ja wir können es halt ins erste kurz reinhören aber viel wird sich da nicht tun na also ja ist ok hier können wir nicht so viel anfangen gut und wie sieht es hier aus ok das wird ach ich bin jetzt hier gelangt ok das ist genau das ist der zweite raum das wird genauso wahrscheinlich auch drüben sein ich denke das wird ein bisschen anders sein aber vielleicht nicht viel anders wir werden sehen ja das ist die variante nichts neues ja aber auch voll in ordnung voll in ordnung ok dann hätten wir monas haus aber ich glaube das ist fast das wird die gleiche musik sein wie dings ne das ist erstmal hier immer das gleiche ja brauchen wir gar nicht brauchen wir gar nicht reingehen brauchen wir gar nicht reingehen hat sich schon erledigt ok dann gehen wir hier nach oben ah das war das mit den das war doch war das nicht mit gesang auch oder war es zumindest zumindest so ein toho lied halt aber ohne gesang aber es war war sowas genau ui ui alles fans ach Mist kaum will man es richtig spielen geht es wieder nicht ah ja ich denke das war der ich denke der zweite raum weiß jetzt nicht ob der zweite raum auch dieses lied hatte hier gab es ja noch einen zweiten raum aber ich denke schon ich glaube das hat sich dann nicht geändert oh ich muss das ding ja okay ist egal ich will es ja nicht spielen so gehen wir gleich hier hoch ok ja ja passt passt völlig in ordnung völlig in ordnung also auch hier kein kein verlust wenn man es jetzt nicht hatte gehabt hätte wie auch immer ok mixed realities oh das war es mit dem upside down genau ok da denke ich das hat sich auch nicht viel geändert das wird auch so sein das wird auch so sein ok bisschen anders bisschen anders da gefällt mir die die patch version deutlich besser muss ich sagen wieder das klingt einfach so unfertig das klingt wirklich schlecht äh gedings weiß ich nicht also das jetzt geht aber der anfang war ein wenig komisch egal so schlitt oh das war das level ich glaube das eines der ersten wo ich save stats hatte na wegen dieser flugstelle es war eines der ersten wo ich save stats hatte aber sehr geiles lied sehr sehr geiles lied sehr sehr geiles lied sehr sehr geiles lied gehört so so ja doch ist in ordnung ist ok kann man auf jeden fall so stehen lassen gut boons boob last ah da wurde diese mechanik nicht ich denke das wird hier drüben wird im nicht patch genau so sein ich glaub nicht dass es da große unterschiede geben dürfte So Ja Glaube ich sogar das gleiche? Schon, geht auf jeden Fall sehr stark in die Richtung Okay Congestion, keine Ahnung mehr, was das war Okay, erstmal wieder dies Ah Das war das mit dem steigenden Wasser Ja, da hat der Spaß angefangen Auch ein schönes Lied Mal gucken In welcher Variante es jetzt hier auftritt Halt, wo laufe ich hin? Okay Das Original sozusagen So wie man es eher gekannt hat Das war bei der Patch-Version war es ein bisschen dynamischer Ja, hier ist es halt Normaler Okay Ah ja, mein Dieses Level, oh Gott Okay, da kann ich mir jetzt auch vorstellen Dass es relativ ähnlich sein wird Oh Gott, das war ein furchtbares Level Das war ein ganz furchtbares Level Gleich wieder raus Ja Ja, klingt sehr ähnlich Ja, ist okay Also da ist die Musik noch das wenigste Schlimmste Okay, gleich raus Ich will das Level nicht mehr Also ich glaube wahrscheinlich Ist auch deswegen gerade mein Spielstil so Schlecht, weil ich es auch nicht spielen muss Weil ich es nicht mehr machen muss Weil ich es hinter mir habe Oh, das Okay, aber das klingt halt sehr original Das ist ein normaler Port auch Also wenn das hier schon der Port ist Dann ist der Port drüben erst recht der Port Ja, und das Da gab es halt dieses Boss-Theme noch Ne, diese Boss-Musik Hatte das Hatte der Boss eine eigene Musik? Ich weiß es gerade gar nicht Ich weiß es gerade wirklich nicht Hatte der Boss eine eigene Musik? Scheiße Ich hatte es richtig erst Und ich habe Das war aber ein sehr geiles Level Das war ein sehr, sehr geiles Level Also da kann man nichts sagen Okay Ja, zum Boss werden wir nicht kommen Falsches Lead Äh, Level Ja Aber wie gesagt Das war klar Das ist einfach genau das gleiche Dass das einfach genau das gleiche ist Okay Gut So, Abflug In den Wim of the Universe Black Hole Was für Lied hast du? Ich denke, das wird relativ ähnlich sein Ja Brauchen wir gar nicht weiterhören Gut Rotation Das wird auch sehr ähnlich sein Da brauchen wir nicht weiterhören Passt schon Ja Okay Weiter Oh 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 Das hat doch wieder verschiedene Oh nein Hatte das durchgehend diese Musik Oder hat das die Räume Die Musik gewechselt Scheiße Okay, das kontrolliere ich kurz Ein Moment One must fail Ich erwisch den zweiten Immer nicht Äh, den dritten Naja Level Wechselt Ja, nein Oh, jetzt bin ich Level Wechselt Schade Das war gerade bei diesem Äh Typ, der die Shells geworfen hat Das ist jetzt der riesige Goomba Ich habe jetzt gerade kein Video für euch extra reingesetzt Könnte ich gleich mal Aber ich bin gleich wieder draußen Vielleicht auf die Wolke Ne, die kommt nicht bald Die kommt nicht so bald Ich muss einmal über die Stachel Das hilft gleich Okay, dann haben wir das gleiche Lied Das ist bei den Ninchis Okay, das ist interessant So Okay, aber Nein Aber wenn der weg ist Das Lied kennt man auch aus normalen Ports Also das wird auf dem Port vorkommen Wobei man doch irgendwann, glaube ich, eine Route hat Die funktioniert Das ist keine Glaubst du noch einen Final-Boss? Ne, ich glaube nach den Viechern hier war Schluss Und die werde ich ver... Mh Okay, passiert noch irgendwas? Ne Ja, okay Gut Ähm Ja Wir können nur kurz den Anfang hören Ich kann jetzt nicht alles nochmal durchspielen Das wird nix Das habe ich ja damals schon mit Savestates gespielt Und selbst da habe ich eine halbe Stunde gebraucht Also Machst du nix Machst du einfach nix So Okay Da machst du nix Okay, aber das ist sogar identisch Das ist identisch Interessant Also er hätte jetzt hier tatsächlich gar keinen Unterschied gemacht Okay Cool Gut Dann haben wir noch da oben ein Level Und zwar den Ah, den Moonwalker Das war ne interessante Idee Aber puh Pff Ganz schön schwieriges Level Aber ich denke auch das wird einfach als Port vorhanden sein Würde mich doch jetzt sehr wundern Wenn nicht Ja, ich denke wir können gleich weitergehen Aber es hatte ne coole Idee auf jeden Fall Also da kann man nix sagen Okay Okay Überhaupt Die Level waren alle großartig Also Oh, bisschen anders Aber tatsächlich Da hört man raus Dass es anders ist Mann Das hören wir mal kurz ein bisschen weiter Dass wir noch ein bisschen die andere Stelle hören Aber so wird es in etwa dann bleiben Okay Gut Gut So Jetzt Vicious Oder Viscous Könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Port ist Und das so bleibt Könnte ich mir vorstellen Okay Nevermind Das ist jetzt wiederum fast ganz anders Also kein anderes Lied Aber eine komplett andere Version Auch hier punktet meiner Meinung nach jetzt definitiv die Patchversion wieder mehr Also bisher hatten wir eigentlich nie die Situation, dass ich gesagt habe, der nicht Patch ist besser Aber Er war selten schlechter Aber es gibt schon Situationen, so wie hier, wo man sagen muss Ist ganz gut, dass wir eine Patchversion hatten Der MSU1-Patch macht schon was aus Gut Stranded Ja Und das ist jetzt das problematische Level Ich müsste nochmal bis hoch spielen, um alle Lieder zu hören Aber das wird nicht gehen Das können wir jetzt mal kurz im VLC nochmal uns zur Erinnerung einfach reinrufen Aber hier werden wir nicht viel Hier werden wir nicht viel machen können, was unsere Unsere Original angeht So, Moment Ich mache euch wieder Bild Weil da können wir kurz Bild haben Also da finde ich Bild ganz sinnvoll Ach, das kam eh Ach, das kam vorhin eh Ach so Ach so, weil ich das nicht ausgemacht habe Ah, das kam eh Ich hatte nur, ihr hattet nur SNES 9X noch im Hintergrund Ups Okay, ich muss also nur SNES 9X ausmachen Dann habe ich direkt das VLC Upsi Das hattet ihr dann von eh gesehen Ja, okay Ich habe nichts gesagt So So Erstmal in Ruhe hier Ja, das war Aber gut, das wird es auch als, das gibt es auch als Port Ah, ich verstehe Das ist klar, das gibt es auch als Port Das ist ein sehr netter Sprung da drin Das heißt, wenn wir jetzt bis hier spielen könnten, was möglich wäre Äh, würden wir auch nicht so viel lernen Der Bergabschnitt war der nächste Genau Was lief hier? Oder erst auf die Plattform Kann ich gleich auf die Plattform? Okay, das kann ich mir auch als Ich glaube, ich muss erst da oben rein Als Port vorstellen Und dann kam der asiatische Dings Was heißt asiatisch, aber der Es hatte für mich sowas Asiatisches Ich weiß nicht wieso Ich glaube, wegen der Das ist asiatische Musik oder so Vom Stil hier Ne, hä, wie komme ich jetzt auf asiatisch? Ja, okay Ist in Ordnung, ist in Ordnung Ist fair Weiß es nicht mehr Mit der Münze ist fair Ich habe sie nicht Und der letzte Teil war der Space-Teil, ne? Okay, jetzt habe ich ein Problem Weil ich nicht Aber Das sind alles Lieder, die gibt es als Port Das ist sogar hier der Port einfach Also Sagt es dann Sehr gut Okay, das funktioniert Okay, ich muss da durch Und dann Ja Oh, du hast hier kaum Also, nachdem wir jetzt Oh Gott, ist das Oh, nee Halt da Durch mal die Klappe da drin Nachdem wir jetzt schon gelernt haben Äh Dass Die Lieder übernommen werden Wenn es möglich ist Kann man das hier relativ schnell machen So Das wird einfach immer das gleiche sein Okay Aber wir gehen natürlich kurz rein Einfach fürs Protokoll Ja Allein das ist schon identisch Wir können noch kurz bis zum Bis zu Saria Song hochspielen Das ist ja nicht schwierig Da kommen wir ja sofort hin Da kommen wir ja sofort hin Komm schon Jetzt mach hier nicht diesen Danke So Nein Nein Komm schon Nur wir sind in den Wald Nur wir sind in den Wald Weiter will ich doch gar nicht Hä, das hat mir doch damals Keine Probleme bereitet Willst du mich veralbern? Oder muss ich das von hier aus machen? Wait Ich muss das von hier aus machen, oder? Nein Stoppen Oh mein Gott Musst du dich das von hier aus machen? Habe ich das gerade Oh nein Habe ich das gerade falsch gemacht? Ach komm schon Jetzt stellt Oh Jetzt stellt euch mal vor Ich würde das Ich würde das nochmal komplett spielen müssen Oh mein Gott Dann wären es wahrscheinlich wirklich die drei Stunden Ich meine wir haben damals stellenweise gestated Ne Das weiß ich schon noch Ach ja Hä Wozu ist dann dieser Gang da? Ich weiß es nicht Der Gang war gar nicht notwendig Okay Jetzt verstehe ich nichts mehr Ist egal Ist egal Passt schon Hä? Ich muss mich drehen Nein Ich habe es komplett vergessen Ich muss mich hier natürlich drehen So Wir tun hier gerade so Wie wenn das hier der schwerste Abschnitt wäre Dabei ist das der Ah nein 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 Och Okay es reicht Oh ist das gerade peinlich gewesen Egal So Gut Hier auch raus Hier auch raus So dann haben wir das Calmination Quatsch das hier haben wir noch Das war kurz vor meiner Pause Das war kurz vor meiner Pause Das war eines der letzten Level was wir hatten und dann ging es in die etwas längere Pause Ja ja Ich erinnere mich Okay So wie sieht es hier aus? Okay Da hört mir jetzt deutlich den Port raus Aber es ist okay Es ist kein schlechter Port Ja Es macht aber Ich merke es einfach gerade Es macht einfach immer noch Spaß Es ist einfach abzulaufen So wenn ich jetzt mehr Zeit hätte Ich glaube ich würde es einfach glatt nochmal ein paar Level spielen Weil es einfach Spaß macht Okay Calmination Castle Hier haben wir jetzt einen großen Vorteil Wir haben es schon geschafft Ja das wird halt der normale Rauschteil oder halt Windteil Dingens Wie auch immer ich das nennen soll sein Da muss ich jetzt nochmal durchspielen Aber das ist zum Glück sehr kurz Ich sterbe auch wie immer an den gleichen Stellen Aber das ist okay So unfassbar Es ist so unfassbar Ich Bei mir gibt es einfach keine Lernkurve Die ist mal kurz da Aber dann ist sie wieder weg Alter Ich brauche ja auch nie mit States anfangen Weil es ist ja nur der eigene Sprung hier Es nützt mir nichts zu staten Das ist mein Ernst Okay So Hatten die Räume unterschiedliche Musik Nein Auch nicht Das ist sehr gut Okay Das hier schon Interessant Okay Das Rote müssen wir extra reingehen Okay Okay Gut Das heißt Wir müssen nur in den Roten extra reingehen Alle anderen sind in Ordnung Na was tue ich denn Nein Nein So Runterwärts Zu Master Hunt Genau Das war nämlich das Original Das wird halt eine Port Version sein Aber da bin ich sehr auf die Port Version gespannt Na das ist jetzt eines der Lieder Wo ich mich praktisch schon wirklich drauf freue Und das sieht man jetzt auch Hier waren es noch 100% die man spielen musste Während es bei dem anderen dann schon nur 200% geworden sind Also Wie man das ohne States weiß ich nicht Keine Ahnung So Ich spule jetzt bewusst zurück Weil wenn ich jetzt hier rausgehe Mit Start Select Kann ich nur noch den Handkampf machen Und das wäre schlecht So Ja Das ist halt dieses Dieses Rauschen draußen Wie ich schon gesagt habe Nein Okay Das ist das Das lasse ich nicht auf mir setzen So Blöd Okay Aber eine schöne Version muss ich sagen Eine sehr schöne Version Man fühlt auf jeden Fall hier auch den Culmination Castle Vibe Okay Der rote Raum Ist der extra Raum gewesen Ja Ist auch dieses Lied Aber da frage ich mich jetzt schon Warum es ein extra Lied für diesen einen Raum gebraucht hat Also Konnte man einfach nicht das gleiche Lied hier einbauen Weil der vertikal ist Das ist der einzige vertikale Raum Und die anderen sind alle horizontal Ist das irgendwie deswegen nicht gegangen Dass ein extra Lied rein musste Weiß es nicht Gut Jedenfalls haben wir dann hier alles gesehen Ja Dann ist hier wieder dieses Rauschen Und jetzt kommt dann der Kampf gegen Master Hunt Oh Ähm Schwierig Abwärts Oha Oha Das erste Mal Eine völlig andere Musik Aber komplett anders Gibt es keins Smash Bros What Gibt es keins Smash Bros Port Ich bin gerade richtig erstaunt Nachdem wir jetzt bisher immer Zumindest Eine Port Version des Lieds hatten Ist es das erste Mal Ein völlig anderes Lied Aber völlig anders Das hat nicht mal ansatzweise mit Smash Bros zu tun Das gibt es gar nicht bei Smash Bros Hat man nichts zu Smash Bros geportet? Oder sind die alle Sind alle Ports zu Smash Bros So schlecht? Das ist Das fasziniert mich gerade Massiv Okay Aber auch hier Muss ich zurückspulen So Denn Ja Ein bisschen was müssen wir jetzt leider spielen Aber ich bemühe mich Dass es schnell geht Ähm Das war dieses Ding Muss bis zur dritten Rang kommen Ähm Genau so So rum What Wieso bin ich nicht hochgehoben? Na jetzt Ja das ist schlecht Jetzt ist es zu spät Oder geht das noch? Ich glaube nicht Ne Ich glaube das wird nichts mehr Okay Von hier aus Ah ich war nicht richtig unten Deswegen Ja genau so Den wollten wir Okay stopp Drehen Dann in die Richtung Runter Haut es hin Passt Das ist schlecht Ich glaube wir müssen Ich glaube wir müssen Ja wobei Ist das eigentlich die Ranke? Ne ich glaube das ist die andere oder? Ich glaube das Ist das die? Wait Ist das die dritte? Weiß Mann Drehen wir uns halt erst noch mal Ne ich glaube ich musste noch Hier noch durch oder? Ich glaube die kommt erst noch Ja hier dieses Genau Ja okay da kommen wir locker Da kommen wir easy hin Das war jetzt nicht so schlimm Toll Nein Fliegt sich so komisch mit dem Ding So weil Hier haben wir ja auch noch mal ganz ganz spezielle Musik Jetzt müssen wir nur bis dahin spielen Aber das hilft jetzt nichts Da müssen wir jetzt noch mal durch Ich würde nur gerne so auf diese Art und Weise zumindest keine Zeit verschwenden Indem wir durch die Stellen einfach schnell kommen Wie wäre es damit? Ach komm Jetzt sterbe ich immer eher Das darf ich gleich noch mal machen Was tut man nicht alles um Musik zu vergleichen? Komm schon Okay Na ich Das bringt Nee Das rückspulen bringt nichts Ich muss es am Stück schaffen Ich kann das nicht zwischendurch staten Das ist kaum sinnvoll an irgendeiner Stelle Wobei doch hier könnte ich Da könnte ich einsetzen Oh ey ist das wieder So Ja der ist okay Der ist okay Da sind wir fast am Ziel Fast 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 Man 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 Okay Jetzt... Ist klar. So. Ja, ja. Ja. Das nehme ich auf jeden Fall. Das muss anders sein. Aber das danach auch. Also, das kann ich mir aber halt nicht mal vorstellen, dass das irgendwie als Dings vorkommt. Na? Also, das kann ich mir auch nicht als, äh, als irgendeine Port-Version vorstellen. Das wird wieder ein anderes Lied sein. Das wird einfach ein völlig anderes Lied sein. Das ist ein völlig. Also, das muss ich mich auf jeden Fall. Das kann ich mir auch nicht. Das kann ich mir nicht. Das kann ich mir mal so ein bisschen anders aus. Also, das kann ich mir stehen. Das war's, da oben ist es dann schon Schluss, ne? Schaffen wir. Mit Stails geht's, mit Stails geht's, mit Stails geht's. Ach, wenn du mal das Lied so nicht mehr hörst, ne? Das weiß ich auch. Aber ich muss jetzt aus einem bestimmten Grund ja spielen. Scheißdreck. Mann! Und das war's. Genau, und jetzt kam ja das hier. Das war Hopes and... Quatsch, Hopes and Dreams. Doch, Hopes and Dreams heißt es schon. Ach, Quatsch, nein, ähm... Doch, es heißt so, oder? Ich bin jetzt wieder lost. Ich glaub, es heißt so. Okay, da wird's nochmal langsamer. Hallo! Hä, wie... Hä, wie kann ich das auslösen? Ach so. Okay. Kam danach noch eine andere Lied? Noch ein anderes Lied? Ich weiß es nicht mehr. Aber mit Stails schafft man es hier schnell durch. Also, das ist jetzt nicht das Problem. Vor allem das Gute ist, wenn kein anderes Lied danach kommt, müssen wir es jetzt nur einmal spielen. Weil wir dann bei der Ort-Version wissen, dass kein anderes Lied kommt. Ach ja. Ich hab vergessen, was ich tun muss, aber jetzt weiß ich es wieder. Ich entschuldige mich für das... Ich entschuldige mich für die... Ich hab damals gesagt, dieses Lied hat's nicht verdient, dass man durchstatet. Aber jetzt geht's ja um was anderes. Jetzt geht's ja nicht darum, das normal zu spielen, sondern einfach eben... Yo. Heißt du schon. Bin so doof. Ach, das war das, wo ich am Ende gestorben bin, ne? Weil ich die Zeit nicht bedacht habe. Gut. Und dann ist man eingesperrt, genau. So. Das Lied kam noch. Mist. Mist. Mist, ich muss bis hier nochmal spielen. Okay, ich muss bis hier nochmal spielen. Aber da kam dann, glaube ich, nur noch ein Orb. Richtig, okay. Gut. Ja, dann, let's go. Das ist dann das Letzte, was wir heute in dem Part... In dem Video machen. Scheiße. Geht das jetzt noch so? Ja, okay. Okay. Aber diesmal geht's schneller, weil ich weiß, was ich zu tun habe. Hui. Okay. Mist. Ähm. Stopp. Okay. Aber ich muss sagen, die Version mag ich auch sehr. Die ist wirklich gut gemacht. Also da kann man nix sagen. Oh shit. Ach, komm. Ich bin jetzt zu weit dran. Yikes. Okay. Jetzt aber. Gut. Passt. Okay, wir haben die Wand. Wuh. So. Ach ja. Jetzt kommt der tolle Abschnitt nochmal. Jetzt kommt ja der tolle Abschnitt nochmal. Ah. Passt. Es wäre jetzt lustig gewesen, wenn ich den einfach gewonshottet hätte. Ja. Wie gesagt, es wäre lustig gewesen. Nein. Das wird wieder eine Stunde. Yes. Gott. Okay, let's go. Jetzt bin ich gespannt. Erstes Bosskampflied ist. Ich meine, klar, es musste was anderes sein. Also da ist es keine Überraschung, dass es was anderes ist. Es ist halt nur eine Überraschung, was es ist. Ähm. Falsche Taste. Wait, hä, wo, wo, wie schlag ich? Bin ich dumm? Ach, hier, die Taste war's. Ups. Gerade gespielt und ich kann schon nicht mehr. Oh, boy. Oh, boy. Dieser Anfang. So. Ist doch das gleiche, was wir gerade schon gemacht haben. Mann. So, jetzt kommt nämlich wieder der Teil hier. Dann haben wir es auch schon. Weiße. Nein, das war's doch. Das war's. Komm. Na, Mann. Es ist so schwierig in diesem Gang. Richtig. 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 Jetzt. Gottes Willen. Okay. Ist die Port-Version von Hoops and Dreams? Da müsste ich jetzt fast sagen, hier ist es jetzt wieder, da wir es neu hören. Ich will es eigentlich ohne Stage spielen. Na, komm, kriegen wir hin. Bisschen anstrengend. Ja, aber merkt man schon deutlich, ne, dass die, nein, 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 okay, scheiß drauf. Merkt man schon deutlich, dass die schlechter ist, die Version. Sie ist okay, aber schlechter. Ah, wir hören es ja eh lang genug, wir hören es ja eh lang genug. Ja, also, na, es ist als äquivalent, also es ist als, wenn man jetzt nichts anderes hätte, ist es gut. Aber wenn man dann die Variante da drüben hat, dann ist die schon deutlich, deutlich, deutlich besser. Aber wirklich deutlich besser. Holy shit. Okay, das war jetzt, das ist jetzt gerade eine coole Stelle mit dem, mit dem kleinen, was ist das, Xylophon im Hintergrund oder sowas. Das ist ganz cool. Das hier. Okay, das ist ganz schön gemacht. So. There we go. Wow. Kein Vergleich. Aber es ist das Lied. Jetzt höre ich es erst. Es ist das Lied. Es ist das Lied. Oder? Schon irgendwie. Geht auf jeden Fall in die Richtung, ne? Ich trinke kurz was. So lange hören wir uns noch die Variante an. Okay. Doch, das ist ein schönes Lied. Nur halt anders. Also, wenn ich die beiden höre, denke ich, so ist es nicht das gleiche. Aber wenn ich dann... Vielleicht soll es ähnliches sein? Ist ja egal. Wir haben jedenfalls damit das Calmination Castle wieder abgeschlossen. Gut. Das heißt, nächstes Mal kommt der Teil, den ich nach der Pause nicht gefunden habe. Weil ich lange genug genug, zu lange nicht gespielt habe und ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Aber mittlerweile wissen wir es. Man muss hier drücken. Man muss hier drücken. Und dann geht das ab hier. Witzig. Schon witzig, das in zwei Fenstern zu spielen. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.